Was ist das Geschäftsführer der Spektra Automatisierungstechnik GmbH? Als Geschäftsführer der Spektra Automatisierungstechnik GmbH freut es mich, dass wir Sie hier auf unserem Messestand auf der Smart in Linz begrüßen dürfen. Unser Unternehmen hat seinen Sitz im Raum Wels in Oberösterreich. Die Spektra Unternehmensgruppe beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Vertrieb, mit der Beratung und Service von IPCs und Komponenten sowie Produkten für die Mess- und Automatisierungstechnik. Kundenspezifische Rechnersysteme werden in unserem Stammhaus in Reutlingen, das ist in der Nähe von Stuttgart, gefertigt. Ich möchte Ihnen jetzt ein völlig neues Produkt aus unserem Vertriebsprogramm vorstellen. Ein Produkt, das PC und Steuerung in einem Gehäuse vereint. Die XP-8000-Serie, ein programmierbarer Automationscontroller. Ein lüfterloser DIN-Schienen-PC mit Betriebssystem Windows Embedded Standard on Board. FTP ums Web-Server vorinstalliert. OPC-Server ist dabei. Eine optimale Hardware-Ausstattung, AMD, LX800 500 MHz Prozessor, 1 GB RAM, 512 KB S-RAM, Batterie gepuffert, 4 GB IDE Flashdisk. Das System ist reich, ausgestattet mit Schnittstellen. Man sieht hier, wie es zu jedem PC gehört, die VGA-Schnittstelle. Wir haben zwei LAN-Ports. Wir haben USB-Schnittstellen. Weiters reiche Ausstattung an RS-232-Schnittstellen, intern wie auch extern. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Unterschied zu einem normalen PC. Dieses System hat I-O-Slots für digitale und analoge Ein- und Ausgänge mit im Gehäuse vereint. Wir können wählen zwischen drei Slots oder es gibt dann auch das größere System, wo man bis zu acht solcher Angewe platzieren kann. Das heißt, ein idealer Rechner für die Automatisierungstechnik. Dieses Produkt ist entwickelt für die Automatisierungstechnik, für den industriellen Einsatz. Das ist im Speziellen auch unsere Versorgungsspannung 10 bis 30 Volt und ein weiterer Temperaturbereich von minus 25 bis 75 Grad. Ich bin sicher, Sie sind jetzt neugierig auf dieses Produkt geworden. Sie finden es natürlich bei uns im Internet auf der Webseite unter www.spectra-austria.at oder Sie rufen uns einfach an. Ich danke, dass Sie bei uns am Messestand waren und freue mich, von Ihnen zu hören.